Level 3 Strich 161 Das war der Anfang, jetzt erkläre ich langsam die Stellung der Finger und des Daumens. Daumen, Daumen, Zeigefinger, Mittelring, Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen, alle drei, Daumen, 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 alle drei, Daumen, Daumen, normale Wechselmausbegleitung, Daumen, etwas schneller. So, jetzt das Lied etwas schneller. So, jetzt das Lied etwas schneller. So, das Ganze jetzt im schnelleren Tempo. Eins, zwei, eins, zwei. So, jetzt das Lied etwas schneller. So, jetzt das Lied etwas schneller. So, jetzt das Lied etwas schneller. Vielen Dank.